Jo, das ist jetzt, ähm, ein neuer Part, let's play Ace of Spades, und diesmal auf der Map, ähm, Market Garden war's, glaub ich, und ich bin natürlich mal wieder blau mit nem Schnipper, Sniper, wisst schon, oder? Ja, ne, blaues Team ist anscheinend voll, und deswegen gehe ich grün, oder? Ja, ich bin grün, egal. Geh ich hier einfach mal durch. Gut, ähm, den hab ich schon mal. Huch, da ist einer. Boom. Boom. Nein. Was soll, ich dachte, da steht irgendwo jetzt einer. Nimmt mich unter Geschuss. Okay, der hat mich jetzt sauber. Ähm, jo. Mach mal schneller. 3, 2, 1, go. Go, 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 renn, renn. Nein, ähm, mal hier gemütlich durchjumpen. Oder auch nicht. Ähm, ah, von hier kann man gut... Wo bin ich? Ich find das hier eigentlich auch ganz witzig, dass man hier auch ohne, ähm, also ohne Zielen auch, ähm, treffen kann. Weil bei vielen Spielen, äh, trifft man ja nicht, wenn man, ähm, auch nicht mit nem Sniper zielt, deswegen. Wie zum Beispiel bei BFH oder so, da ist es ja auch, ähm, da fliegen die Kugeln dann, weiß Gott, wohin. Äh, nur eben nicht dahin, wo sie sollen, wenn du nicht zielst. Äh, deswegen... Oh, Gottchen. Alter, da sind ja viele. Und ich frag mich, warum ich grad an dem Gottchen sah. Ups. Oh, Gott. Okay. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht aufbringen, nicht aufbringen. Panik. Nein. Ähm. Ist da einer... Nope. Und der da geht durch, hier durch. Grenade. Run, 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 run. Need for speed, to run. Ähm. Alter. Nein. Ich... ne, doch nicht. Hat gar nicht auf mich gechillt. Aha. Ähm. Ähm. Ich renne hier ein... Irgendwie nicht. Da, oder? Nö, auch nicht. Okay. Deren... Da war einer. Das weiß ich, das hab ich gesehen. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, aber ich hab's gesehen. Da war einer. Oh. Okay, da hat man's grad nochmal. Und... Oh. Lol, wo war der? Hm. Egal. Ähm, ne, 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 ne. Hm. Versteh ich nicht, warum es so viele Maps mit Nebel gibt, aber... Also, warum die Entwickler das gemacht haben, aber... Keine Ahnung, jedenfalls... Blauer, der mich schon wieder... ...gesnipet hat, oder? Ja. Hat er. Hm. Buko. Ne, Buko, oder? Ne, Buko. Buko heißt der, genau. Ähm. Den würd ich jetzt auch mal gern sehen, dass ich ihm das heimzahlen kann. Also, stell ich mich mal hier hin. Ähm, ne, ist er nicht. Ne, ne. Sarah. Ist Dara. Klar. Ähm, nein. Da ist er auch nicht. Ist der hier überhaupt noch irgendwo da? Hm. Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt null Plan. Nee, da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Da war doch einer, oder? Halluziniere ich, oder war da einer? Ähm, kein Plan. Jedenfalls ist da hinten, glaub ich. Oder war da hinten einer? Ähm. Mal weitergehen. Da ist einer. Gut, jetzt nicht mehr. Oh, oh. Ähm. Ne, war glaub ich nicht in meine Richtung geworfen. Brauch ich hier mal ein bisschen sicherheitshalber zu. Das ist jetzt irgendwie doof. Geh ich da weiter. Ich hab irgendwie so das gute Gefühl, dass der gleich ein Flauer ist. ähm. Ähm. Jo. Insert coin in. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Ähm. Everyone is pro hier. Juhu. Wir sind alle pros. Juhu. Ähm. Naja gut, die die 0 haben anscheinend nicht, aber Also 0 Punkte-Score anscheinend nicht Oder die sind grad neu gejoint Was ist das, das so? Achso, ja, ist ja eigentlich ganz praktisch, dass man auf der Minimax sieht Von wo aus einer schüttet Okay, das war jetzt nicht so nice, egal Sorry, wenn ihr grad so ein komisches Graschel gehört habt, das war Weil ich gegen mein Mikro kurz gekommen bin Also Entschuldigung vielmals Dann, 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 dann Hier durch, da runter, da hoch, da entlang Dann da Sicherheit, dann da Sicherheit Und da glaube ich, vielleicht Sicherheit Und jetzt hab ich Der im Nahkampf mit einem, äh, mit der SMG und ich hier mit meiner, äh, mit meinem Riffley oder wie das ausgestronen wird, sag ich einfach mal Sniper Äh, und, äh, eh, und ich krieg den im Nahkampf mit dem Sniper und der mich nicht mit einer MG SMG, von mir aus auch SMG Falls euch das so wichtig ist Sagt Wenn's euch nervt, dass ich einfach nur MG sag, weil ihr irgendwie da Keine Ahnung, vielleicht pingelig seid Oder, keine Ahnung, was weiß ich Ähm Sagt's mir einfach, ich kann mich ja dran gewöhnen Und hier war ich, glaube ich, die ganze Zeit noch gar nicht Aber ich glaube, die Gegner Come on, come on, big girl, come on Ich hab so das ungute Gefühl, dass hier gleich einer ist Ja Das war das ungute Gefühl Ähm Wo geh ich mal jetzt Wo geht's hier entlang Ja, ganz logisch, ne Hier ist alles, hier, hier ist zerstört Und Klar, man kann da selber nicht hin, aber die, äh, ganzen, das weiß ich, Kanaten und so können da hin, ne Logisch Alles voll logisch Ähm Klar, dass die auch noch unseren Sponsor stören Das, ähm Was hab ich für einen Score? Oh, ich hab'n Erstmal mit dem Spaten hauen Achja Nachladen Mit dem Spaten Das ist Klar, ne Der hängt da mit seinem SMG oder MG oder wie man es nennen will Und ich mit dem Spaten Und Alles ganz logisch Alles Pros Wie der eine schon gesagt hat Alles Pros Ähm Gut, ich würd sagen, hier ist keiner Dann geh' ich mal Weiter Ach, das ist einer von mir Ach, da hinten ist ein Sniper Toll Ähm Oh Mist Ich hab' nicht auf die Uhr geguckt Ähm Ich glaub', ich nehm' schon viel zu lange auf Vielleicht weiß es noch nicht Ich Guck' mal gerade Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch Ace of Spades seht oder nicht Ähm Bin ich mir grad nicht so sicher Aber egal Ähm Ich würd sagen Ähm Jetzt hör' ich auch auf, aufzunehmen Und, ähm Jo Dann bis Zum nächsten Part, was wir dann Der fünfte Und Äh Jo Dann würd ich sagen Adios